Jojo Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Runde zu WWGAMES. Auf HALF! Aufs Teamcheinheit und mit dem Verium-Texture-Pick. Ähm, ja ich finde es eigentlich relativ cool, habe es heute bei ihm gesehen, weil es heute rausgekommen ist. Ähm, und ja, ich nehme das Ganze jetzt hier nochmal auf, äh, am Freitag auf, ähm, weil halt die Geburtstagsfeier dann heute ist. Also für euch ist die noch heute. Äh, was mache ich hier eigentlich? Ich schlage einfach ein paar Leute mit dem Holzack. Ähm, ja für euch ist die heute vielleicht noch. Kommt drauf an, wann ihr das Video guckt. Ähm, ja deswegen bin ich hier... Oh, der hat, glaub ich, hat den Schmerz und Bär nicht zurückgesprungen. Ähm, deswegen bin ich hier so ein bisschen am Vorproduzieren. Also eigentlich eh nur ein Video mehr. Ähm, ja. Also so viel ist das nicht. Also müsst ihr nicht weinen. Ja, naja, auf jeden Fall ist es nicht viel. Ähm, und die Kommentare, wo ich so unter dem Video geguckt habe, wie ich LOL bringen soll. Also, ne, ne, kein LOL, dann wieder meine ich. Ja, LOL. Dann vielleicht, ne, 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 ne. Und dann hier. Und dann, ne, 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 ne. Ich hab mir schon überlegt, dass ich jetzt nicht einfach LOL aufnehme. Aber nee, ich wollte dich nicht töten. Ähm, deswegen bin ich behindert. Und wär auch noch fast gestorben. Ähm, ja. Also, kein LOL. Wenn ihr es nicht wollte, gibt's so kids LOL. Nini. Wobei ich zwar schon gerne gemacht hätte, weil ich eigentlich zur Zeit viel mehr spiele mit Minecraft. Ähm, ja. Ich werd jetzt auch gleich noch ne Runde spielen mit Capone. Und dann geh ich pennen. Und dann ist Freitag. Dann ist die Geburtstagsfeier. Yay. Und dann komm ich wieder. Hm. Alter, hier war einfach noch keiner. Was ist los? Wo war's los? Och, auf die. Okay, zack, zack, da glaub ich war einer. Ne, ne, das war nicht cool. LOL. Hey, cool. Oh, da ist doch jemand. Oh mein Gott. Scheiße. Oh, der Pink. Pink Shein, Pink Shein, Pink Shein, Pink Shein. Oh. Oh ne, das sind die Pink Shein of Doom. Duh du 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 du. Du 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 du. Falls er mich hier nicht sieht. Ne. Ist hier so genial. Wo ist der? Okay, er weiß es. Mann, ich dachte der weiß das nicht. Aber er wüsste es. Okay, ich muss lauf ihn Aber er hat irgendwie gerade keinen Rückstoß bekommen, kann das sein, ich weiß nicht Aber ich bin schon wieder bei viel zu vielen Leuten, dass die irgendwie hicken oder sowas Das siehst du einfach bemüßen Jetzt war ich da oben immer noch nicht, weil ich zu dumm bin, da hoch zu gehen Und da rechts war auch noch einer Den werde ich mir glaube ich jetzt schnibbeln Ich werde mir den einfach schnibbeln Ja und es schreiben voll viele Leute irgendwie, dass bei mir der Ton viel zu leise wäre Und ohne Witz, ich weiß nicht wieso Bei mir passt der Ton richtig gut Boah Junge, was hat der für Skills Also bei mir ist es richtig gut, also ich kann das alles verstehen und so Aber ihr anscheinend nicht Und ich weiß nicht an was das liegt Also ist die Musik zu laut oder bin ich generell zu leise, ich verstehe das nicht Ich habe es normal in dem gestrigen Video habe ich extra Musik leise gemacht Und meine Dinge viel Voll viel dazugegeben Und ja, ich kann natürlich nicht wissen wie die Resultate da ausgefallen sind Aber ich hoffe einfach dann mal besser, weil ich weiß dann auch nicht mehr, was ich da besser machen soll Ähm Und ja, deswegen Hoffe ich, das passt dann alles so Ich hoffe, dass ich jetzt hier auch nicht vergesse Ähm, ja Deswegen weiß ich das nicht Vielleicht liegt das ja irgendwie daran, dass ich vielleicht ein neues Headset habe oder so Oder das ist irgend sowas, ich weiß nicht Aber Joa, egal eigentlich Muss ich halt gucken, ob das dann passt oder passt das Papa, Papa Ich glaube, ich hole mir jetzt hier einfach ein Level Weil dann hätte ich ein Enchant, dass es die erschwert Wie krass geil wäre das denn jetzt Es leben ja noch 10 Leute Aber ich weiß auch nicht, wo, wo sind die Aber ich hätte jetzt eigentlich relativ gute Chancen Ähm, und ja, wo ihr dieses Texture Pack herbekommen würdet, werdet ihr wahrscheinlich jetzt auch wissen Ihr geht auf Video Plays Kanal und guckt da das Video an, wo ihr das Texture Pack hat Und dann habt ihr das Texture Pack Its Okay, ich hab keinen Bock danach zu rennen Ich hasse das, wenn hier Leute im Wasser sind Aber vielleicht friert ja hier die ganze Map, Alter Dann ist ja nur noch Eis Okay, ähm So, da hinten Töten 60 Grad Team die jetzt Ich glaub die Team Ich glaub die Team Ich bin dann mal weg Wer trinkt da? Wieso hab ich denn jetzt bitte nur noch weg? Hä? Hä? Also no knock peck Nix gemacht Haa No knock peck Nice, alter Hä? Läuft bei dem Mann No knock peck WTF Ich hab einfach nix drin No knock peck Läuft bei dem Alter ich versuche mal die doch hier so irgendwie abzufangen ja ich kann jetzt auch nicht erzählen wie die gewisse aber ich kann es mir die gut wie du nicht denke mir schon war das ja extra noch bis hier irgendwann mal wieder kommen sollte dann wird der wind war penetriert normal dürfte mich hier nicht gehen außer wenn er richtig krasse eis hat von jemand ich würde mir den hier wieder man rechnet auf jeden fall nicht als ich komme oder kann es eigentlich gar nicht wissen ich will die kuh hier haben aber irgendwie sicher ob gott ob gott wie ich bin ich wenn jetzt hier eis ist okay den lasse ich jetzt hier einfach ich habe ein level ich muss irgendwie zum enchanter kommen hallo das ist schon wieder ich hasse es ich lass ihn jetzt leben weil ich mein dioschwert entchatten will verpiss dich bitte danke bitte danke bitte danke bitte danke bitte danke okay ich entscheide ich mein dioschwert und dann kann es endlich dass der french beginnen auch ich hoffe die beiden töten sie das wäre nämlich richtig scheiße das ist richtig scheiße okay ich bin hier ungefähr schon dreimal allein heute schon umgelaufen okay was heißt alleine sagen gar nicht viel in der runde sein dreimal ich finde ich voll schade dass die menschen ja irgendwie nicht oft gespielt wird ist verklaven in dem ganzen wasser und so ein bisschen schießen aber ja generell dürfen die mal mehr neue maps einfügen irgendwie so weil ich weiß nicht immer es gibt es gibt es gibt es gibt es gibt es gibt auch gott ja okay das dürfte passen eigentlich haben das wirklich keine nachkommen okay der kann das zwar abbauen aber who cares juck dir eigentlich kein so ähm hier hoch so nein noch eins dann dürfte hier da sein oh ja vielleicht noch ein level nein na wäre zu schön aber hier kann ja noch alles drin sein nein okay einfach nein rückstuhl nein oh nein oh nein das sind ja noch bessere schuhe irgendwo oh ja da goldschuhe nein 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 so schmeich das hier kurz noch weg dass es eh nichts mehr bringt so unser rückstuhl ist natürlich jetzt nicht so geil wie ich mir grad hier einfach hümpft genau erwünscht hab aber aber joa hab ich jeser das okay hab ich ja nein hm ich bin echt erstmal dass wir den hier töten also wir hier als 3 hat ihn wahrscheinlich ah wie geil das ist mit so einem tierschwert oh tsch 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 okay das war jetzt eigentlich ne echt chillige geile runde so ähm ja das will ich einfach mal sagen nämlich die hat zwar jetzt keine themen zum reden weil es einmal am gleichen tag aufgenommen wurde aber egal ich hoffe es hat euch trotzdem gefallen morgen gibt es wieder aktuellere videos ähm und ja auf jeden Fall lasst eine Bewertung da und wir sehen uns dann nächstes mal tschau tschau tschau